Rentner mit Wohnsitz im Ausland erhalten Energiepauschale nicht ausgezahlt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Grund zur Freude für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner zum 1.12.2022 wird die Energiepreispauschale 300 Euro durch die Rentenversicherung ausgezahlt. Aber eben nicht für jeden, der hier eine deutsche Rente hat und deshalb auch nicht Grund zur Freude für jeden. Rentner mit einer deutschen Rente, die ihren dauerhaften Wohnsitz im Ausland haben, erhalten die Energiepreispauschale zum 1.12.2022 nicht ausgezahlt. Dies gilt auch, wenn Sie als Rentner mit Wohnsitz im Ausland einen Antrag nach §1 Absatz 3 Einkommenssteuergesetz auf eine unbeschränkte Steuerpflicht gestellt haben. Also wir haben ja die Fälle zum Beispiel, wo viele deutsche Rentnerinnen und Rentner in Thailand leben und hier entsprechende Anträge beim Finanzamt Neubrandenburg gestellt haben. Mit der Begrenzung auf die unbeschränkt Steuerpflichtigen mit dem Wohnsitz in Deutschland trägt der Gesetzgeber den Umstand Rechnung, dass die höheren Energiepreise in Deutschland Personen mit Wohnsitz oder mit gewöhnlichen Aufenthalt im Inland besonders hart treffen. Im Ausland lebende Personen, das können Ausländer sein, die eine deutsche Rente haben oder Deutsche, die im Ausland leben und eine deutsche Rente haben, sind eventuell niedrigeren Energiepreisen als in Deutschland ausgesetzt oder profitieren von vergleichbaren staatlichen Maßnahmen, die dortige Bevölkerung ebenfalls von den hohen Energiekosten zu entlasten. Damit ist klar, Rentner mit einem dauerhaften Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben zum 1.12.2022 keinen Anspruch auf Zahlung der Energiepreispauschale. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.